Herzlich Willkommen zu meinem neuen Z21 Tutorial, aber bevor ich anfange noch kurzer Hinweis zu meiner Hardware und Software. Als Anfänger lernt man bei digitalen Modelleisenbahnen neue Begriffe und LN-CV ist eins davon. Was ist eine LN-CV? LN ist die Abkürzung für den LogoNet Anschluss und CV steht für Konfigurationsvariable. Das ganze funktioniert nicht anders wie bei einem LogDecoder. Ich werde jetzt Ulmbrook Modul programmieren mit der LN-CV 0, dieser steht für die Adresse des Moduls. Wichtig, jedes Modul einzeln anschließen und programmieren, da alle neu gekauften Module haben standardmäßig eine Adresse 1. Falls du das Tool noch nicht haben solltest, dann kannst du es von der Webseite www.z21.eu herunterladen. So, dann klicke natürlich auf folgendes. Downloads, Software und Tools und dann kannst du herunter scrollen und hier unten befindet sich der Link zum Downloaden. Einfach da drauf klicken und die Software wird, wie man hier links unten sieht, direkt heruntergeladen. Und natürlich im Anschluss installieren. Dazu habe ich auch ein anderes Video. Das werde ich euch hier rechts im Bild dann sozusagen im Menü anzeigen. Die Z21 Zentrale wird verbunden, indem man auf dem Button Verbinden klickt und als Bestätigung wird uns rechts die Zentrale dann angezeigt. So, hier oben hat sich jetzt was geändert. Wir haben hier mehrere Karten zur Auswahl und die anderen interessieren uns diesmal nicht. Wir brauchen diesen Lockonet und da musst du hier drauf klicken und sobald das geschieht, hast du hier eine ganz andere Grafik Oberfläche und wir müssen hier ein paar Sachen ausfüllen. Zum Beispiel jetzt das Modul, sprich Artikelnummer eintragen, 63320. Das Modul hat eine Adresse vom Werk 1, LNCV Nummer 0 und damit wir diesen Wert hier auslesen können, musst du LNCV lesen klicken und wie schon gesagt, das Modul hat ja die Adresse 1. So, jetzt möchtest du natürlich die Adresse ändern und das geht wie folgt, wir müssen jetzt hier bei den LNCV Wert, entweder den 2, 3 oder 4, je nachdem welches Modul du eintragen möchtest. Ja, hier diesen LNCV 4 eintragen und dann auf LNCV schreiben klicken. So, damit ist die ganze Sache erledigt. Jetzt um zu prüfen, ob das auch funktioniert hat, kannst du entweder hier auf LNCV lesen klicken. So, da kam nämlich eine Meldung, die sieht so aus, das heißt das Modul ist geändert worden oder die Moduladresse ist geändert worden und ist nicht mehr unter 1 zu finden. So, wir können jetzt hier die 4 eingeben, da löschen und das nochmal ausprobieren, also sprich hier auf LNCV lesen drücken und zack, hinten wird uns die 4 angezeigt. Kein Fehler, also haben wir auch das richtig gemacht. Das war's jetzt als Beispiel, wie man Ullenbrook Modul mit dem PC-Tool programmieren kann. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig es mir bitte mit dem Daumen nach oben und danke dir fürs Zuschauen und hoffe bis zum nächsten Mal.